Boris Becker hat sich wieder getraut. Der ehemalige Tennis-Star sagt zum dritten Mal Ja! Diesmal mit Lilian de Carvalho Monteiro. Die Traumhochzeit der beiden findet in einem ehemaligen Kloster in Portofino statt. Doch wie konnten sich die frisch Vermählten diese teure Feier leisten? Die Kosten sollen rund 30.000 Euro betragen haben. Boris kämpfte lange gegen ein Insolvenzverfahren an, doch verkauft die Fotos der Hochzeit und sorgt für volle Kassen. Medienunternehmen zahlen angeblich eine hohe fünfstellige Summe für die exklusiven Bilder. Auch bei der Auswahl des Hochzeitsanzugs könnte es Unterstützung gegeben haben. Daniel Grieder, Chef von Hugo Boss, ist unter den Gästen. Zufall? Das stylische Sakko könnte gesponsert sein, denn nach der Hochzeit besuchen Boris und Lilian eine Modenschau der Marke in Mailand. Unabhängig von den Kosten zählt für Boris und Lilian ihre Liebe. Schon seit vier Jahren sind sie ein Paar und haben zusammen viele Hürden gemeistert. Lilian betont, dass sie dadurch gelernt hat, was es bedeutet, das Leben mit jemandem zu teilen. Für sie fühlt es sich an, als hätten sie ihre Ehe schon vor Jahren besiegelt.